Was halten Sie von BankingCheck und vom jährlich Start für einen BankingCheck Award? Die Veranstaltung gefällt uns sehr gut, weil wir natürlich viele interessante Leute und vielleicht auch zukünftige Partner kennenlernen können. Wir freuen uns natürlich auch sehr über den Award und das positive Kundenfeedback, was dazu geführt hat. Wie wichtig sind Ihnen denn die Meinungen und Erfahrungswerte Ihrer Kunden auf BankingCheck? Für uns ist jedes Kundenfeedback sehr, sehr wichtig, weil wir gerade als noch relativ junge Anbieter unser Produkt auch konstant verbessern und dabei natürlich auf das Kundenfeedback angewiesen sind und uns da natürlich auch sehr über Bewertungsportale wie BankingCheck freuen. Welchen konkreten Nutzen haben Sie denn aus den bisherigen Bewertungen gezogen und hat sich denn der Einsatz auch des Testsiegels auf Ihrer Seite bewährt? Der konkrete Nutzen ist jetzt vorrangig der Award. Bei 5,9 von 6 Punkten und 100% Weiterempfehlungsrate waren jetzt leider noch nicht so viele Produktverbesserungsvorschläge dabei.